Ich bin Pauline Jaksch, betreibe Kanu-Rennsport und bin Nachwuchssporterin des Monats August. Die Faszination ist, dass wir so frei sind auf dem Wasser, dass wir die Umgebung vom Wasser genießen können und die Leute einfach unglaublich cool sind. Die Berliner Sparkasse unterstützt vor allen Dingen den Nachwuchssport. Sport hält gesund, Sport hält fit und Sport verbindet über alle Bevölkerungsschichten hinweg. Das sollte beim Nachwuchs beginnen und Pauline Jaksch ist eine besondere Nachwuchssportlerin, die verdient den Preis des Jahres 2021 gewonnen hat. Ja, ich freue mich riesig. Also auch vielen herzlichen Dank. Das ist eine super Auszeichnung, super Taschengeld und freue ich mich. Vielen Dank. Die kurzfristigeren Ziele sind jetzt erstmal unsere Sichtung. Die gehen im April los und da einen guten Anschluss an die U23 zu finden. Und dann ist vielleicht langfristig der Traum von Olympia gewachsen und darauf geht es dann doch hin 2024. Aber das Wichtigste, gesund bleiben und vor allem Spaß dabei haben. Bis zum nächsten Mal.